So, Leute, bevor ich jetzt irgendwer noch dazwischenkotze, lasst mich mausredern. So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Resta, zusammen mit dem Slushy-Tastic. Und das wird heute eine Chaodenrunde, denn der Goldhunter ist mit dabei. Oh, was war das denn für eine männliche Stimme? Bienchen ist mit dabei. Ich muss mal kurz Jan entmuten. Und der Jan-David. Das hat mich genervt. Ich darf das, du bist mein bester Freund. Ich darf das. Leute, habt ihr zwei. Wo sind jetzt die ganzen Betten hin? Nein, Slushy. Ne, 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 ne. So haben wir nicht gewettet, mein Freund. Slushy. Slushy, gehst du da jetzt mal raus? Komm, Flo, ich klär das, das ist mein Zimmer, Partner, ich klär das, Slushy raus. Aber, aber ganz schnell. Ja, weil, weil das hier war von Anfang an meins und Bienchens Zimmer. Warum muss ich eigentlich immer bei Flo schlafen? Komm, ab, Flo, was hausredern. Weil ich das so will, weil ich der Owner bin. Also, Klappe. Ich hab Slushy rein Haus da rein. Bienchen, ich, 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 ich hab dir jetzt aber einen Gefallen getan. Okay, lasst mich raten, unsere Betten stehen jetzt direkt zusammen. Nein, stehen nicht direkt zusammen. Slushy. Da ist noch ein Bett, da ist noch ein Bett. Das war noch übrig. Sag, hier, trägst du wieder in dein Zimmer, Aster. Nee, ähm, du schläfst in der einen Ecke und ich in der anderen. Ja, ich hab ein Zimmer, yay. Bin ich nicht mit? Flo, guck dir mal mein tolles Zimmer an. So. Und? Du musst dir mein Zimmer ansehen. Was gibt das hier? Das ist schön. Wo ist das Finanzamt? Nein, das ist Finanzbeamt. Ich tu das Finanzamt. Alter, ist das eine Chaosruhe, Leute. Das ist Chaos. Und so mit dem. Gott, Tante, du schlägst mich nicht nochmal. So, Leute. Bevor jetzt irgendwer noch dazwischenkommt, lass mich Mausredern. Bitte. Wir haben kein Essen mehr. Wir brauchen ganz zwingend Essen. Das ist das Erste. Wir gehen jetzt alle los und schlachten irgendwelche Tiere. Mit Ausnahme von den Kühen, wir unten sind. Okay, ich geh los. Hat jemand noch ein Sticky für mich? Ja, ich hab einen. Hier. Ja, hier, hier, hier. Ich hab noch ganz viel Lust. Nein, da reicht mir daraus. Dein Ernst? Ja. Ich geh jetzt auf dem Sammich. Ist mir egal. Ich geb dir gleich nichts. Ich bin Spaß dabei. Also ich hab hier auch zwölf Knochenmähe. Zwölf Knochen, wenn jemand hier erweizen, Meizen, Weizen will. Ich hab einen. Ja, den Weizen brauchen wir ja nur für die Kühe. Ach was, so viele Kühe brauchen wir doch gar nicht. Der pisse dich. Äh, doch. Das ist Leder und Essen. Ja, aber da kann man doch hier. Ah, es ist so dunkel. Scheißlegen. Ja, es ist grad echt dunkel. It's raining, man. Hallo. Nein, bitte hören. Oh Gott, copyright. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Nein. Das ist frei gesungen und frei interpretiert. Das ist kein Copyright. Außerdem hab ich das Original. Das, das darf man. Copyright. Ich bin von der Gieber. Ah, fern die droppen Hammelfleisch. Das weiß ich. Fleisch. Nein. Was? Nein, nur Leder droppen die. Die. Wieso chillen hier so viele Pferde rum? Ja, fern die, weil wir so viele Schaden. Die droppen nur Leder. Pferde droppen Hammelfleisch. Alter, was ist denn mit dir verkehrt? Das stimmt. Warum laufen wir so? Das gibt's so. Äh, nee. Das ist ne neuere Version. Nein, es gibt's in gar keiner Version. Deine Mama droppt Hammelfleisch. Das will ich nicht sehen. Deine Mama droppt Hammelfleisch. Achso, wir haben zwei Folgen keine Mamas im Spiel gehabt. Jetzt ist mal wieder Zeit. Skelett mit verzaubernden Bogen. Ich bin Rested Pepperoni. Genau. Okay, das ist bestimmt gemütlich. Bestimmt. Ich hab entstanden, ich hab Schafe gefunden und... Was ist denn mit Bienchen los? Die hört ja gar nicht auf zu quatschen. Ja, das ist so besser leid. Das ist heute eben komisch, ne? Oh mein Gott, hier sind so viele Mops. Ich hab... Ich glaub, das ist die Auswirkung vom Buster. Da war zu lange im Chat mit ihr. Okay. Alles klar. Aschenbisschen geklaut am Örsche. Sei nicht so fies zu ihm. Bin ich nicht? Nein. Gar nicht. Du doch nicht. Niemals. Das ist doch nicht fies. Ich bin nicht fies. Ich mag Hunde. Wir haben einen Hund. Wir haben einen Hund, der wird dir in einem Ohr gekraut. Also. Ich hab jetzt fünf Hammelfleisch. Nein, nein. Ich hab zwölf. Nein, dreizehn Hammelfleisch. Ich habe schon 17 Schweinefleisch. Und wenn das scheiß Hunig ständig abhauen würde... Also ich hab einen Kugelfisch. Wow. Wow. Ja, warte mal. Ich seh hier auch gerade nur Pferde. Das Problem ist, ich seh die Fische nicht voller oder rege. Wow. Ja, das ist scheiße. Das plätschert überall. Hier ist ein ganzes Menü. Hühnchen. Schweine. Das ist doch... Erst zum Glück fehlt mich. Scheiße. Oh, ein Wolf. Ich glaub, der trotzt Hammelfleisch. Oh Gott, das ist schon wieder ein brauner Wolf. Die mag ich ja nicht. Der trotzt Hammelfleisch, aber da musst du mit Steine füllen und hinter Brunnen schmeißen. Noch ein brauner Wolf. Oh, eine Höhle. Ich hab eine Höhle gefunden. Ich geh mal ein bisschen in eine Höhle rein. Wollte mal, ich esse so gut. Nein, geh ich nicht, nein, geh ich nicht, nein, geh ich nicht. Das war eine schnelle Entscheidung. Das war eine sehr schnelle Entscheidung, Flo. Was ist passiert? Da war ein Creeper und eine Hexe. Okay, lauf. Das war wohl ein explosives Parschen. Bitte stirb nicht. Das war ein echtes Möchen. Ach, ich doch nicht. Das sagt Binge, zwei Folgen dabei und du bist einmal gestorben. Also echt. Das warst du. Du hast dich geschobst. Ein wahnsinniger Schnitt. Also du hast schon den besten Schnitt hier. Du hast dich geschobst. Das hat niemand gesehen, weil ich glaub, der Flo hat er gefilmt. Ja. Der Flo hat sich nur vorbeispringen gesehen. Aber ich meinte nie. Ich hab sie nur fallen sehen und dann war sie tot. Ich wurde geschobst. Und ich hab den Schrei gehört. Also ich hab jetzt... Das war ich. Dann hab ich geschrien, ich spring nicht. Ja, ja, nee. Du hast dich sogar noch entschuldigt. Das ist nicht fangekommen rechtzeitig. Das ist bei mir das Präintro, das Präintro, wo du dich natürlich hast. Dass ich ihre Probleme nicht erkannt hab, hab ich mich entschuldigt. Ja, 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 ja. Ich tue so weit, ich tue so weit, ich tue. Aber ich hab kein Essen mehr dabei, scheiße. Dieser Angelausflug lohnt sich. Ich auch. Das ganze gebraten schon. Nur, äh, Pferde hier. Ja, haben Fleisch. Ich hab Fleisch, aber ich hab keinen Ofen. Ich habe 17 Schweinesteaks schon mal. Ich hab 32 Hammerfleisch. Und, 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 oh, da vorne ist ein Kürbis. Hab ich doch gesagt, das ist ein Kürbis. Ich geb's auf hier. Ich spart. Und es wird dunkel. Wir sollten, glaube ich, schlafen gehen. Ja, ich suche die Faust gerade. Suchst du die Faust? Ich kann leider nicht schlafen gehen. Ich bin irgendwo im Niemandsgrund. Ich such das aus. Da guck mal in der Bibliothek. Da findest du Faust. Ich hab den Faust. Willst du Faust, kommst vorbei, kriegst du Faust. Korrekt. Oh, okay. Ist korrekt. Oh, nein. Ich krieg Schaden. Oh, alter Slashy. Direkt langer. Ich esse großes Fleisch. Eine Möglichkeit. Nein, normale Schade. Es hat geklappt. Ich habe die Chance bekommen. Ich habe ein bisschen bekommen. Ich verreck mich an Hunger. Ich kann mir schnell eine Workbench craften. So. Kraften. 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 Er muss kraften, genau. Geh mal ins Studio, du bist die Kraftentanke. Ein bisschen. Oh, shit. Da, Slashy. Oh. Geh weg. Dein Ernst? Geh weg. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Oh, nein. Bannier ist direkt. Ich werde von beiden rauf gehen. Er hat nichts getraut. Ernsthaft. Hast du verdient. Wo seid ihr denn? Also, ich habe jetzt 35 Weiz in die Kiste. Dafür, dass du mich wie ein Baby behandelst. Ups. Ich? Baby, was ist los? Wer hat denn hier die blöde Mauer dahin platziert? Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Ach, die Mauer. Was ist das für eine Mauer? Eine Anziehung. Eine Anziehung. Okay, Hammel. Ich habe zwei Rindfleisch. Hat irgendwer Holz? Drei. Drei. Nee. Sorry, leider nicht. Nur ein paar Holzstufen habe ich noch, aber mehr auch nicht. Wir haben einen Zaun. Wo kommt der Zaun her? Was ist denn hier los? Die Mauer muss weg. Aber ich habe doch gerade gesagt, wer hat denn die Scheisse Mauer dahin platziert? Ich dachte, du meinst die Mauer neben der Treppe hier. Nein. Schon die große Mauer. Wir haben jetzt vier Kühe. Wie komme ich hier raus? Gar nicht. Ja, das ist... Ich schlag hier nochmal so ein... Genau, mit dem Schwert. Ich schlag hier nochmal so ein Ding rein, da kommt man raus. Creeper! Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Wo bist du? Ich bin abgehauen. Leute, ihr wart doch gerade alle beim Haus. Nein. Unser Bild hat sich verbaut. Laufen. Nicht sterben. Ganz ruhig, Slushy. Alles gut, Fiat. Ja, weil... Ja, weil ich... Dachte, dass wir dann ins Wett gehen, weil dann ist ja Tag und so und... Nein. Kuddel, Kuddel. Das ist nicht der Wettbeater. Das ist sehr... Nee. Nein. Ich finde euch nicht. Ich brauche gleich dich. Sollen wir dir die Koordinaten sagen? Nee, danke. Wir sehen auch nirgends auf der Map, ne? Ich auch nicht. Ich bin verschworen. Komischerweise, warte mal. Nee, ich hau die ganze Zeit ab, weil hier überall Mobs sind. Ich will nicht drauf gehen. Der ist echt komplett weg. Ich... 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 Ich seh ihn auch nicht. Der ist vielleicht vom Server gegangen oder so. Ja. Klar, Server auch. Ich bin hier... Total dumm auf, aber dann sag mal, oh nein. Oh scheiße, jetzt bin ich tot. Und dann auch neben Slashy, da schießt ein Skelett auf dich. Ja, ich komm auch nicht weg. Jetzt aber. Durch diese Mauer konnte ich ihn wegheben. Ja, die Mauer muss weg. Schnell einbauen. Schnell einbauen. So. Sollen wir ihm nicht langsam mal die Koordinaten von unserem Standpunkt verraten? So, die Frage ist, ob ich das jetzt überlebe. Ich hab's überlebt. Ich bin irgendwo in nirgendwo. Nein, da vorne ist so ein... Ist ein Skelett. Macht sich doch eine Rüstung oder sowas. Ja, wo ist denn Eisen? Wo ist ein Skelett? Er hat echt gar nichts zu dunkel. Ist es hier? Oben auf dem... Alter, du hast ein Minimap. Betet für mich. Warte, warte. Warte, das ist meins, Slashy. Ich will auch mal. Deck dir nur die Rücke. Aua. Ja, macht, glaub ich, Sinn. Lotte, Lotte. Ich häng fest. Slashy, übernimm bitte. Hab ich doch schon weggemacht. Danke. Zweieinhalb Herzen hatte ich noch. Viel Spaß, bau dir einen. So, ich sag dir jetzt ein einziges Mal. die Koordinaten zu. Ein... Plus 230, plus 150. Plus 230. Plus 150. Plus 150. Das ist direkt vorm Haus. Okay. Der hat sich in der Nähe. Das wär sogar, wenn... Das wär so geil, wenn der jetzt mal ein Minus rennt, ey. Ich würd das so feiern. Ich würd das halt... Ja, ich bin da, wo der Tier ist. Okay. Ich muss sagen, ich jetzt wieder Essen regalieren. Seid ihr noch... Seid ihr noch da? Ich kann gleich... Oh Gott, ey. Lost in Minecraft. Hat das schon... Irgendwer dir Mann gefunden, ey, ne? Okay, ich regeneriere, ich regeneriere. Ich hab die Koordinaten. Ich kann wieder zu euch kommen. Ich hab gesund so weit gefunden. Ach da... Oh, wow. Äh, ich hatte Langeweile. Cool. Hier ist doch noch ganz viel Holz drin. Ich weiß... Nicht, was ihr rumholt. So, ich hab das... Da hab ich gesehen. Und auch noch Wolle. Und ganz viel Blumen. So, wenn jemand ein Schild möchte, so ein Ritterschild, hab ich mal ein paar in die Kiste gemacht für jeden eins. Alles klar, super, danke. Ich mach auch noch ein bisschen Eise wieder rein. Holz. Ich hab doch auch alles. Und ein Fisch. Das hat sich immer genutzt. Der ist wichtig. Der Fisch ist wichtig. Es ist Puffi. Puffi! Der ist in der Kiste. Puffi! Oh. Was ist zu Puffi für die Garn? Wo ist er? Ich schmeiß erst mal wieder ein paar Schweine-Steaks rein. Wo ist Puffi? Mein Lachs, den isst als erstes. Er mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Mir egal. Na gut, wenn... Mir auch. Da kann ich ja mal kurz die Kohle hier wegkloppen, die noch da vorn in der Wand war. Oder Eise. Und dann isst auch gleich die Folge vorbei. Schon? Ja, schon. Mein Gott, mir, das schnell. Ja, seltsam, ne? Ja, furchtbar, ne? Ja, echt schlimm. Ich hab Gold gefunden. Und wir warten immer noch auf unseren Bilder. Der ist immer noch lost in Swayze. Ich werde zurückkehren. Ich werde... Eines Tages. Ich werde immer noch... Eines Tages. Oh Gott, oh Gott. Ist da unten vielleicht noch mehr? Ist da vielleicht noch Eisen oder so? Also ich hab gerade nur Gold gefunden. Also so. Keine Ahnung, wo du bist denn. Ich würd immer noch drauf wetten, dass du... Please don't kill me. Doktor, ich seh uns. Oh Gott. Da kommt jemand im Wasser. Alter, schreien noch lauter. Meine Ohren fliegen gleich weg. Hallo, und ihr da hinten. Hallo, Vorsicht, da kommt ein Zombie. Ahaha. Ich hab mich gefunden. Bin beinah von Skelett gestorben. So richtig Noobie-haft. Aber endlich seh ich auch nicht. Bist du kein Noobie? Ich angle ihn weg. Wie er sich freut, ey. Ich komm mal hin. Oh nee, scheiße, Flo ist schon wieder da. Ich geh mal wieder. Tschüss. Ich wollte ihn eigentlich wegangeln. Hallo, meine Freunde. Ich geh mal den Zombie-Klatschen vor. Erst mal schlafen. Dein Ernst, das macht gar keinen Sinn. Ich hoffe, du weißt das. Das wird jetzt wieder Tag, du Nudel. Gut gemacht. Oh Mann, es klappt schon. Und mit diesen Worten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Da ist ein Creeper hinter Goldhunter. Ja, sehe ich gerade so in der Ferne. Wow. Sieht echt leis aus. Okay. Dass sie ein bisschen aus wie Wett schwimmen. Oh nee, der Creeper hat aufgegeben. Echt? Alles klar. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Lasst einen Daumen nach oben da. Und auch einen Kommentar, wenn wir nicht alle dazwischenquatschen würden, wir das alles wieder schneller und einfacher gehen. Und das nächste Mal ist Slashy dran. Bis dahin, tschü. Toll. Mir jetzt einfach keiner spürst du. Ich geh mir doch nicht so mit der Stimme ein bisschen. So, ich hab da eine falsche Holzart hingegesehen. Wie abgesprochen, ne? Ja, das war ja. Ja, und tschü. Jetzt sag doch mal tschüss, die Aufnahme läuft immer noch. Nein, aber tschü. Nein, tschü. Tschüss. 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 Bienchen. Oh, Mist. Tschüss. 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 Tschüss.